Große Schuhe finden Sie bei Schuhplus. Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuhplus. Einfach große Schuhe. Was bisher geschah. Ich träumte von meiner ersten Live-Schalte und einem Übertragungswagen. Die Idee stellte ich meinem Chef vor. Der war wenig begeistert, sagte einfach nein. Zu teuer. Dafür gab er mir 5 Euro. Mit den 5 Euro entschied ich mich, mich hochzutauschen zu einem großen Übertragungswagen. Ging zum nächsten Spielzeugladen und tauschte 5 Euro gegen einen kleinen Lego-Wagen. Mein erster Tausch führte mich dann nach Dörrferden. Dort bekam ich für meinen Lego-Ü-Wagen eine Reitgärte und für die Gärte einen Regenschirm und Frostschutzmittel. Ja, jetzt habe ich sogar zwei Sachen getauscht. Ich denke, dafür werde ich doch allerhand bekommen. Allerdings, weiter geht's nach Pferden. Kein einfaches Pflaster, um Frostschutzmittel und einen Regenschirm loszuwerden. Hallo, darf ich Sie ganz kurz mal stören? Und zwar machen wir hier eine Tauschaktion. Und ich habe mich schon jetzt zu einem Regenschirm und zu Frostschutzmittel hochgetauscht. Das ist ungefähr 12 Euro wert. Was würden Sie mir dafür geben? Ich habe nichts zum Tauschen. Ich kann Ihnen nichts geben. Nichts, was irgendwie mehr als 12 Euro. Könnte auch 13 Euro sein. Ich habe nur eine Tasche. Oder einen Laptop. Den würde ich nehmen. Einen Laptop würden Sie nehmen. Den gebe ich Ihnen aber nicht. Das ist nicht meiner. Ich habe höchstens ein Stück Fleisch. Fleisch. Das ist ja nicht so viel wert dann. Fleisch soll es nicht sein, aber vielleicht ein Stück Gold. Liebe Zuschauer, das ist gar nicht so einfach, die zwei Sachen zu tauschen. Die Leute denken einfach, dass das Wetter besser wird. Und naja, ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht hier in diesem Goldladen ein Stück Gold dafür bekomme. Na ja, mal gucken. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich nehme gerade an einem Tauschgeschäft teil. Und habe mich jetzt schon hochgetauscht zu diesem Frostschutzmittel und dem Regenschirm. Was würden Sie mir dafür geben? Für den Regenschirm und Frostschutzmittel. Was ich Ihnen dafür geben würde, ja, eigentlich nichts so, weil ich das nicht gebrauchen kann. Schade. In unmittelbarer Nachbarschaft finde ich dann noch ein Goldgeschäft und einen neuen Tauschpartner. Der Winter ist ja vorbei. Der ist noch nicht vorbei. Ich habe gehört, es soll jetzt richtig kalt werden. Der Regenschirm. Musst du ja auch mal überlegen, was ich noch entbehren kann. Irgendwas kann man ja immer abgeben. Wollen wir mal reingehen? Schmuck gibt es natürlich nicht, ne? Nein. Aber vielleicht was anderes Schönes. Was haben Sie für mich gefunden? 100.000 Mark. Ist das nicht toll? Das ist ja wirklich toll. 100.000 Mark. Zeit des Euros, meinen Sie, das geht weg? Das ist doch großzügig. Das ist eine große Summe Geld und irgendeinen wird es schon finden, der das gebrauchen kann. Vielen, vielen Dank. Hand drauf und aus 13 Euro werden 17,50 Euro. Mit 100.000 geschredderten D-Mark führt mich dann mein Weg nach Sieretal. Liebe Zuschauer, zu 100.000 D-Mark habe ich mich mittlerweile hochgetauscht. Morgen lasse ich mir aber noch ein paar Verhandlungstipps geben, hier in Seevetal im Orient-Teppich-Palast. Also Sie sehen, es bleibt spannend. Große Schuhe finden Sie bei Schuhplus. Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuhplus. Einfach große Schuhe. Schuh �chen Sie bei Schuh. Schuh? Zum Beispiel das Schuhm kalpas. Schuh?